Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Lasst das Pixie wissen, anzunehmen bei Tinky Dochtpfiff in der boerianischen Tundra, an dieser Position. Die Vorquest war, bin in diesem verdammten Käfig gefangen, aber nicht mehr lange. Ich nehme die Quest auf, während des Patches 9.2.5. Ich bin mir aber sicher, das Video hilft euch auch hin wie Hotel Car Classic. Selbst wenn ich jetzt fliege, fliege ich immer in der Nähe des Bodens, so dass ihr meine Wege nachvollziehen könnt, also ich glaube mit diesem Video helfe ich euch. Geht es hier lang, dann halten wir uns in Richtung von diesen Knochen. Ich kann die Mob hier überfliegen, das ist ein großer Vorteil vom Fliegen. Quest ist abzugeben bei Big C Zangkeuler in der boerianischen Tundra, an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg.